Der Fair-Sicherungsladen stellt die Versicherungsbedürfnisse seiner Kunden in den Vordergrund. Durch bedarfsgerechte und verbraucherorientierte Beratung stellen wir die Versicherungsbedürfnisse unserer Kunden zufrieden. Wir pflegen eine offene Kommunikation bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern, die sich durch Wertschätzung, Qualitätssicherung und Fairness auszeichnet, was sich auch in unserer von Versicherungsgesellschaften unabhängigen Beratung widerspiegelt. Wir haben einen guten Ruf bei Kunden und Partnern und übernehmen die Verantwortung, diesem zu jeder Zeit gerecht zu werden. Wir laden alle ein, uns an diesem Versprechen zu messen.